Ja, schönen Dank. Ich bedanke mich als erstes, dass ich hier sprechen darf, diesem spannenden Thema, das sozusagen den Eingangsburner gerade bekommen hat. Ich hoffe, da sozusagen eine Brandmauer jetzt errichten zu können. Ich kann natürlich, das Problem hat mir auch nicht egal, nur ganz holzschnittartig meine Gedanken vortragen. Ja, wichtig ist mit dem Zusammenhang, das erfahre ich nämlich immer wieder in Veranstaltungen, wenn man stark für direkte Demokratie, für Volksgesetzgebung, Partei ergreift, gerät man auch, wenn man es deutlich sagt und deutlich sagt und deutlich sagt, immer in den Geruch, ein Parteiengegner, ja fein, unter Parlamentsgegner zu sein. Bin ich nicht. Ich sage das ausdrücklich und hoffe, dass es in der anschließenden Diskussion, ich hoffe auch, dass es eben Leute gibt, die vielleicht dann doch, das haben wir ihre Ansichten vertreten, zur direkten Demokratie, das immer im Hinterkopf mit bedenken. Sie können sich denken, als Öffentlichrechtler, Verfassungsrechtler gehe ich an die Frage normativ heran, um zu überlegen, welche Instrumente der direkten Demokratie eingeführt werden sollen. Da gehe ich natürlich von dem Begriff der Demokratie aus und sage, Selbstbestimmung des Volkes nach der Mehrheitsregel ist und bedeutet Demokratie. Demokratie fordert Selbstbestimmung des Volkes nach der Mehrheitsregel, weil nur dann die Freiheit und die Gleichheit aller Bürger im vollstmöglichen Maße verwirklicht werden kann. Das ist der Maßstab. Und an diesem Maßstab muss ich alles weitere meines Erachtens messen. Wenn wir jetzt diesem Maßstab gegenüberstellen, die real existierende rein parlamentarische Demokratie, stellen wir fest, dass allein die Bürger, Sie hatten es gesagt in Ihrem Eigenstatement, die Bürger allein alle vier Jahre den Staatswillen unmittelbar mitbestimmen können, dazwischen können sie es nicht. Und das bedeutet in der Praxis real, dass vier Jahre lang relativ wenige Repräsentanten entscheiden über die Gesetzesinhalte und deswegen auch immer wieder Minderheitenherrschaft zu beobachten ist. Und zwar Minderheitenherrschaft in zweierlei Form. Einmal dadurch, dass das Parlament, der Bundestag, Bundesrat Gesetze verabschiedet, die höchstwahrscheinlich breiten Mehrheiten der Bevölkerung widerspricht. Ich habe hier den Klassiker, der sicher auch in die Lehrbüchereingang finden wird, erwähnt. Und umgekehrt durch Unterlassen. Und das ist jetzt gleich die Gegnerschaft, die Hauptgegnerschaft gleich zu Herrn Decker. Die Parlamente widersprechen auch dem Mehrheitswillen dadurch, dass sie es unterlassen, bestimmte Gesetze zu beschließen. Hier Beispiel der aktuelle Art, die Bürgerversicherung, die von der Mehrheit der Bürger dauerhaft präferiert wird. Und zweitens hier aufgeführt, ein allgemeiner flächendeckender Mindestlohn. Das sind zwei Themen, die werden von dem Bundestag nicht beschlossen, obwohl eine Mehrheit das befürwortet. Nachmittag nicht dauerhaft. Insofern können wir beobachten, eine partielle Minderheitenherrschaft. Und das bedeutet, wenn ich sowohl gegen das Tun als auch gegen das Unterlassen ein Gegengewicht setzen will, das Mehrheitsherrschaft zum Durchbruch verhält, brauche ich Instrumente, die sowohl gegen das Tun als auch gegen das Unterlassen in Stellung gebracht werden können. Und das bedeutet, in einem umfassenden Sinne Volksgesetzgebung, Klammer auf, ich würde sagen, auch das Fakultative Referendum ist eine gewisse Form der Volksgesetzgebung, wenn auch nur eine negative Dagegen-Volksgesetzgebung, Klammer zu. Das Volk muss die Möglichkeit haben, selbst verbindlich Gesetzesinhalte auszuwählen. Und wenn sie auch nur darin besteht, zu sagen, dieses Gesetz ist Bundestagswahl nicht. Es muss also eine Bremse gegen Tun geben und ein Gaspedal gegen unterlassen. Die Erfahrungen in der Schweiz und in den USA zeigen, aufgrund zahlreicher empirischer Untersuchungen, dass in der Realität es auch tatsächlich so ist, dass sich der Volkswille in direktdemokratischen Verfahren stärker durchsetzt, als in rein parlamentarischen Verfahren. Und zwar sind das Untersuchungen zur Schweiz, Schweizer Kantonen und den US-Liedstaaten. Und das sind Staaten, in denen es sowohl das Fakultative Referendum als auch die ausgebaute Volksgesetzgebung gibt. Ich glaube, es steht weitgehend fest, dass also Volksgesetzgebung dem Mehrheitswillen stärker zum Durchbruch verhilft als die rein repräsentative Demokratie, einschließlich der ausgebauten Volksgesetzgebung. Und das bedeutet eben, dass rein fakultative Referendum, Herr Decker, meine ich, reicht nicht, um diesem normativen Anspruch zu entsprechen. Selbstbestimmung, mögliche Selbstbestimmung des Volkes wäre nicht maximiert, sondern minimiert. Wir hätten insofern in diesem Bereich weiterhin Minderheitenherrschaft. Und polemisch gesagt, es wäre ein Instrument des Dagegenbürgers, des Dagegen-Negativ-Wutbürgers, dem das Instrument vorenthalten wird, ein Dafürbürger zu sein, in dem er also auch positive Gesetzesinhalte vorschlägt. Sie haben Ihre Untersuchungen erwähnt zu den Initiativen und Volksbegehren, die es auf Bundes- und Länderebene bisher gegeben hat. Ich habe mal hier Beispiele seit 2000 rausgegriffen. Zunächst ist es ganz logisch, dass zunächst mal die Initiativen auf Länderebene sich im Schwerpunkt darauf bezogen hatten, die sehr holmliche und den sehr kleinen und sehr verbauten Pfad der direkten Demokratie auszuweiten, zu bahnen und sozusagen dann den Normalwagen der direkten Demokratie mit anderen Inhalten auf den Weg zu öffnen. Wenn das aber geschehen ist, wie in Berlin, wie in Hamburg und in Brandenburg schon von Anfang an, gewissermaßen jedenfalls, kann man feststellen, dass dann auch Inhalte proaktiver Art transportiert werden, die sich beispielsweise auf ganz wesentliche Themen der deutschen Politik beziehen, nämlich die Frühpädagogik, die Elementarpädagogik, also Kindergarteninitiativen, sind im Wege der Vorwirkung und im Wege der Übernahme in Berlin, Hamburg sehr erfolgreich gewesen. Das Sozialticket ist in Brandenburg eingeführt worden, Privatisierungsverträge müssen jetzt in Berlin offengelegt werden und natürlich auch seit 2000 Wahlrechtsreformen in Hamburg und in Bremen, wo die Wege gebahnt waren für Inhalte erfolgreich. Also ich würde auch empirisch nicht sagen, man kann es natürlich noch genauer abzählen, aber jedenfalls in neuer Entwicklung würde ich nicht sagen, dass die Volksgesetzgebung auf Länderebene in erster Linie eine dagegen, eine fakultative oder Referendumsinitiative ist, sondern sie ist im gleichen Maße auch eine koaktive Initiative, so wird sie auch genutzt und hat sie auch erfolgt. Das kann man auch in der Schweiz beobachten. Sie hatten vorher gesagt, Herr Decker, dass das fakultative Referendum dominiert. Das könnte man forderdrücklich sagen, wenn man sich die Ergebnisse an der Urne anschaut. An der Urne ist es tatsächlich so, dass ca. 10% der Initiativen, die Erfolg haben, aber ungefähr 45% der fakultativen Referenten. Vordergründig stimmt das also und Sie haben natürlich auch Recht, wenn Sie sagen, das fakultative Referendum entfaltet eine Vorwirkung, sodass es also nicht ausreicht, die Referenten abzuzählen, sondern man muss natürlich in jedem Gesetzgebungsprozess die Vorwirkung des Referendums mitbedenken. Aber man muss natürlich dasselbe auch bei der Initiative machen. Wenn man die Initiative insgesamt betrachtet, 290 seit 1891, stellt man fest, dass ungefähr 50% dieser Initiativen durch Vorwirkung, Nachwirkung, Gegenvorschlag erfolgreich an der Urne des Parlaments auch Teilerfolge hatten, sodass man sagen muss, genau das zu quantifizieren ist schwierig, aber dass man sicher sagen kann, in der Schweiz ist die proaktive Volksgesetzgebung ebenso bedeutsam wie das fakultative Referendum. An dem Punkt auch noch eine Ergänzung, Sie haben es ja auch schon erwähnt, in der Schweiz gibt es auf Bundesebene keine Gesetzesinitiative. Und das hat zur Folge, dass eigentlich Materien, die in die einfache Gesetzgebung gehören, auf Verfassungsgebene angesiedelt werden. Beispiel haben Sie auch genannt für eine proaktive Initiative, die es jetzt gegeben hat, Zweitwohnungsbegrenzung auf 20% in den Gemeinden ist angenommen worden, vor einigen Tagen in der Schweiz. Das gehört eigentlich in einfache Gesetzgebung, ist aber sozusagen in die Verfassung reingedrückt worden. Aber sehr viele in der Schweiz sagen, auch auf Bundesebene ist selbstverständlich die Gesetzesinitiative einzuführen. Man scheut sich da aus bestimmten Brücken, die wir nachher noch diskutieren können. Selbstbestimmung des Volkes bedeutet, da kommt man sozusagen jetzt zur nächsten Konfrontation, Selbstbestimmung des Volkes bedeutet, dass man selbstverständlich keine Gesetzesmaterien, die dem Bundestag offensteht, ausnehmen darf. Das bedeutet insbesondere, dass man keine Finanztabus einführt. Andererseits, jedenfalls meiner Auffassung, muss auch das Volk natürlich, wenn es an die Finanzen geht, sagen, die finanziert werden sollen. Also der Kostensetzungsvorschlag ist notwendig. Und dass das funktioniert, dass alle Materien dem Volksgesetzgeber gediehen werden können, zeigt die Schweiz, zeigen die USA. Dort gibt es kein Finanztabu. Und selbstverständlich muss auch die Verfassungsänderung, allerdings dann auch mit entsprechenden Wehrheiten, zwei dritte Wehrheiten zulässig sein. Wenn wir auf Bundesebene diese Volksgesetzgebung einführen würden, würden wir sozusagen verlängern das, was sich auf Landes- und Landesebene, Bundeslandesebene auch schon eingespielt hat, auf kommunaler Ebene noch viel mehr. Und wir würden sozusagen die politische Kultur, die wir dort zunehmend praktizieren, auch auf Bundesebene einführen. Und das entspricht auch dem, was die Bevölkerung möchte, die nämlich kontinuierlich seit Jahren, im Jahrzehnten kann man wahrscheinlich sagen, mit zwei Dritteln und mehr Volksentscheid und Volksbegehren auf Bundesebene fordern. Selbstverständlich ist es nötig, dass auch in der so veränderten, in dem so veränderten Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, die kontinuierlich handlungsfähigen Verfassungsorgane, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, eine Führungsfunktion ausrufen können. Sie sollen auch nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen gegen Mehrheiten im Volk, jedenfalls gegen Mehrheiten im Volk, die sie zunächst wahrnehmen, entsprechende Beschlüsse fassen dürfen. Ihre Aufgabe ist es nicht, den Demoskopen und dem Volk hinterherzurennen, sondern Ihre Aufgabe ist es, das, was Sie nach Ihrem Gewissen am besten für das Gemeinwohl finden, auch in praktischer Politik umzusetzen. Der Bundestag muss also unabhängig, das spricht gegen obligatorische Referenten, unabhängig vom Volk Gesetze beschließen können. Es darf nicht möglich sein, dass die Repräsentanten sich sozusagen in die Volksabstimmung flüchten können, ihre Verantwortung abgeben können. Und es darf Ihnen auf diesem Wege durch obligatorische oder von oben angesetzte Plebiszide ermöglicht werden, sozusagen Ihre Machtspielchen von apathistischer Art im Volk zu treiben. Volksgesetzgebung allein von Kunden, Referenten allein von Kunden und insofern allein auch Volksgesetzgebung als Glockadelöser, der sicher notwendig ist, oder als Ventil. Es entsteht so ein Praxislernprozess, sozusagen. Der Bundestag gibt ein Gesetz vor, wir machen auch die Landtage, und dann in der Praxis auch, er weiß sich, ob das Volk damit einverstanden ist oder nicht. Ist es nicht damit einverstanden, kann es die Initiative ergreifen, das Gesetz wieder abschaffen. Es darf nicht so sein, ich wiederhole es nochmal, dass durch obligatorische Referenten dem Parlament, dem Parlament im Bundestag die Hände gefesselt werden. Das führt zu starker Inflexibilität, zu Erstarrung, und Kalifornien ist da ein wahrendes Beispiel. Nachher der Diskussion kann man vielleicht dazu nochmal sagen. Auch fakultative Referenten, jedenfalls so wie wir sie in der Schweiz haben, mit nämlich aufschiebender Wirkung, meine ich, sollten wir nicht einführen. Denn auch das führt dazu, dass die Initiativmöglichkeit der Verfassungsorgane im Bundestag zu sehr eingeschränkt würde. Anders ist es vielleicht bei ansonsten irreversibel eintretenden Folgen, also bei unmittelbaren Staatsverträgen beispielsweise, oder auch dann, wenn das Parlamentsgesetz ein zuvor verabschiedetes Volksgesetz wieder ändern will. Dann wäre es unzumutbar, für das Volk sozusagen das hinzunehmen, ohne eine ausschiebende Wirkung.